bei dem kopf fällt war gar nicht das ding das war hier unten irgendwo genau hier so ich hätte gerne ein so ein science dingens und dann hätte ich gerne science packs zehn stück und hätte gerne forschung und zwar waffen schrotflinte und submachine gun research und die ersten grünen chips wurden hergestellt guti 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 das ding kann jetzt einfach hier schon mal hinsetzen das können wir wieder ab war kein strom dezentes detail das ich vergessen habe kein strom da oben ja noch schneller laufen kurz hier unten aufdecken kohle komisches zeug eisen und eine riesige basis ist das werden wir lange nicht knacken können ok neuer plan wir bauen nicht hier in diesem leicht zu verteidigen gebiet unsere erste kleine basis wo wirklich nur die maschinen aufgebaut werden um das nötigste herzustellen dann sobald wir genug russensourcen haben sichern wir das gebiet hier das macht jetzt keinen sinn so ein riesiges gebiet zu versuchen zu sichern das schaffen wir auf keinen fall schade 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 aber die ecke ist gut für später das können wir uns merken also rasen dann wieder runter genau hier hin einfach schnappen uns das ganze zeug und bauen jetzt hier die steam engine haben wir auch immer die pumpe ist da offshore pump mk1 das klingt schon mal gut hätte ich gern mehr davon ich hätte gern noch eines die menschen ich hätte gerne noch mehr boiler 12 wo kommt die stromversorgung hin wobei im notfall könnte es auch hier reinklatschen oder das ist nicht so schmal den weg hier ganz oben der anfang ja komm bauen wir einfach mal du bring uns wasser macht das nach da nach da so überlegen wir brauchten vier boiler für sechs sechs engines oder so weiß ich nicht mehr brauchen mehr rohre da die neue aufteilung ist ein bisschen ungewohnt noch können ganz schön viel in einer reihe mal gucken wir später also die vier hier die müssen auch gleich später befüllt werden strommasten sollten wir auch schon bauen so rüber runter da wieder hoch und hier können ruhig die anfangen also 12 und dörren 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 das muster so müssen wir das bau mit den kleinen dingern Und das müsst ihr erstmal alles abdecken. So, das ist schon mal nicht gut. Das Muster muss woanders hin. Muster muss zwei weiter unten. Klappt das dann oben? Ja, sieht okay aus. Oh, warte mal. Können wir... Du weg. So, ganz schön lange die abzubauen. Dich weg, dich weg. Ich sollte nebenbei immer noch weiter die da herstellen, damit wir irgendwann die besseren bekommen. Das dauert das alles ewig. So, so, so. Du weg. Zwei passten hier nebeneinander rein, ne? Ja, sehr gut. Dann machen wir das so, wie wir das auch in der alten Basis hatten. Oder zumindest in ähnlicher Form. Und sieht das Ganze ein bisschen kompakter aus. Weg. Weg. So, also hier fängt das an. Dann bekommst du hier Wasser. Bis hier. Dann kommen hier die Boiler. Eins, zwei, drei, vier. Dekadenterweise kann man hierzwischen auch noch durchgehen. Äh, und dann bis hier hinten. Da kommt ein Rohr. Und da kommt die Pumpe. So, und das Ganze machen wir hier unten jetzt nochmal. Nur damit es für später schon mal vorbereitet ist. Also wir brauchen es jetzt nicht, aber, ne? So, so, so. Wir brauchen mehr Rohr. Zack. Und die brauchen dann jeweils theoretisch Fließbänder und Ärmchen. Und ich glaube, das geht sich gar nicht auf, oder? Bau mal nur zwei davon. Ja, geht sich nicht auf. Das ist doof. Das heißt, wir müssen ja von außen befüllen. Guckt euch das mal an. Das wäre dann so. Was? Du weg. Wollen sich nicht mehr verbinden? Was machst du da? So, 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 so. Knick. Knick. Kommst von da. Knick. Knick. Und dann kommen die Ärmchen. Und das auf beiden Seiten. Ich weiß ja nicht. Aber naja, wäre ein Anfang. So oder so brauchen wir trotzdem erstmal hier Kohle. Wird das Ding schon mal anfangen, Strom zu produzieren. So. Warum? Available performance. Okay, wir haben keinen Abnehmer. Das dürfte kein Problem sein. Ich hätte gerne... Ironwheels. Nein. Nein. Jetzt kommt der erste Haken. Wir können jetzt die Sachen nicht bauen, weil wir keine Eisenzahnräder herstellen können. Für Eisenzahnräder brauchen wir erstmal zigtausend Steinzahnräder. Das heißt, ich muss jetzt meine Dinger hier einmal ablaufen. Und dann zu dem Stein. Wo war das Steinding? Da unten ist Kupfer. Da hinten? Ah, Mist. Ich sehe nichts. Lauf. Da ist Stein. Hier ist Limestone. Da ist Stein. Na, muss ich tagsüber suchen. Und ich will jetzt nicht 5-fach Geschwindigkeit andrehen. Das wäre nicht so schön. Hier ist Stein. Okay, bauen wir halt 5-fach Geschwindigkeit Stein ab. Das ist wenigstens nicht ganz verschwendete Zeit. Also ich wollte nicht 10-fach anstellen und einfach nur in der Pampa umstellen, weil das wäre sinnlose Zeit. Aber wenn wir selber abbauen währenddessen, ist das nicht ganz so schlimm. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht reichen wird. Wo sind Zahnräder? Da. 23 Stück. Das wird niemals nicht reichen. Das waren wirklich 100, die man brauchte. Können wir dich brauchen? Ne, wir brauchen auch Iron Wheels. Stopp, 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 stopp. Ich brauche doch noch welche hiervon. Dann bauen wir einfach schnell hier einen Mining Drill hin und dann ist gut. Macht ein bisschen mehr Sinn, hm? 5-fach, gib ihm. Ah. 10 Stück. Bau 2 Drills. Da. Einmal dich. Einmal dich. Kiste. Kiste. Zu viel Kohle. Zu viel Kohle. So, ihr sammelt jetzt Steine, nur damit ich in meinem Inventar dann Steinzahnräder herstellen kann. 2 in der Kohle, 2. Haha, sehr geil. Okay, und ihr stellt auch Steine her, damit ich noch mehr Drills herstellen kann, damit ich noch mehr Kohle bekomme. Wir bauen nämlich gleich noch so einen Dual Pack hier hin. Zack. So, und so, und... Ein Kohle. Sehr schön. Eisenplatten passen. Ja, Strom. Das ist jetzt echt doof. Obwohl, doch, wir haben dich. Dich können wir schon hinbauen. So, da. Und Science Packs, bitteschön. Können wir davon noch mehr bauen? Ja, bauen wir noch 10 davon. Copper Place. Copper müssen wir auch bald mal wieder abholen. Stone Gears. Das ist... Also Stein, es wird definitiv gebraucht hier in dem Mod Pack. Da hinten war Kupfer. Mitkommen, 200 Kupferplatten. Aber ich wundere mich, wo ist mein einer kleiner Mining Drill, der Stein abbaut? So, ihr bekommt jetzt Kohle, 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 Kohle. So. Du kommst mit. Es muss hier irgendwo gewesen sein. Aber ich sehe nichts. Hm. Viel zu viele Bäume. Ne. Okay. Scroll, 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 scroll. Äh. Still bitte hier. Oh. Schön viele Science Packs. So. Zahnräder, 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 Zahnräder. So. Hier. Forschung ist gleich durch. Das heißt, wir haben gleich ein MG. Ich könnte theoretisch versuchen, die Basis da unten kaputt zu machen, bevor sie mir irgendwelche Probleme macht. Ähm. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Bullet Damage. 50 Forschungspunkte. Oh. Oh. Wir müssen doch nicht zigtausend Spitzhacken herstellen, sondern wir können es jetzt doch frei erforschen. Das ist sehr gut. Das ist eine sehr schöne Änderung. Weil diese Stelle 10.000 davon her, das fand ich eine sehr doofe Geschichte. Also. Hau rein. Gib uns eine Steinspitzhacke. Die 22, die wir jetzt da haben, sind umsonst. Aber es ist dann halt so. Gamestone Processing. Nein. Armor Crafting. Das klingt sehr gut. Wenn wir gleich schon Krieg ziehen, dann richtig. Hier lauft alle. Ja, gut. Okay, das musste mal weiter bauen. Du bist falsch. Und wir später da keine Probleme haben. Zing, zing, zing. Rüstung fertig. Was haben wir hier? Fabriken. Eisenzahnräder. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also auch das wurde rausgenommen. Das heißt, ihr habt vorhin einfach nur Unsinn geschwafelt. Das mit den zigtausend Steinzahnrädern ist auch rausgepatcht worden inzwischen. Also als ich das letzte Mal Ditek gespielt habe, ist schon ein bisschen her. Da kamen wohl doch noch einige Änderungen. Und ich muss sagen, das sind super Änderungen. Weil ich mochte das absolut nicht. Dass man gezwungen wurde, selber was herzustellen. Das ganze Spiel geht darum, dass man selber nichts machen muss, sondern nur Maschinenbau, die etwas für einen machen. Und ganz viel Stein zerscheln. 0,5. Ich muss nachdenken. Wir... Ja, Schrotflinte oder Submaschinen-Garn? Ich denke mal, Submaschinen-Garn ist am Anfang besser. Dann noch eine Rüstung. Die Forschung zu Ende. Ja, das ist okay. Kam wieder zweifach. Brützel, Brützel. 200 Science-Packs. Ja, geht mir. Rubber Seed. So, stell her. Bullet Damage. Research. Braucht 50 Stück. Ja, es wird langsam teuer. Rüstung wird automatisch angelegt. Das ist sehr gut. Und jetzt die Zahnräder. Wofür steckt ihr euch da? Sorry, ihr müsst doch nochmal abgebrochen werden. Ich brauche zuerst Zahnräder. Danach können wir euch weiter forschen. 50 Stück. So. Die Zahnräder brauchte ich wozu? Für die... Sorry, ihr müsst wieder abgebrochen werden. Wir brauchen einen davon. Dann das da. Oh, Ärmchen. Fließbänner. Und Electric Mining Drills. Ja, das wird schick. Davon hätte ich auch schon mal gerne. Zwei, drei. Dann kommen die Science-Packs. So. Du da, du da. Abspeichern. Abspeichern. LP 1. Abspeichern.